Seit es den Laden gibt, gibt es auch Ärger. In Hamburg hat vor zwei Wochen ein Bekleidungsgeschäft mit Nazi-Klamotten eröffnet. Und immer wieder kommt es zur Demonstration. Gestern, dann geht ein 20-Jähriger auf einen Kunden des Ladens los und bricht ihm die Nase. Dem Vermieter, der HSH Nordbank, reicht es jetzt. Der Shop wird geschlossen. Annika Stitz. Thorsteiner, eine Marke, die in der rechten Szene als schick gilt. Das Geschäft in guter Lage in der Hamburger Innenstadt. Doch nur kurz durfte hier in der Passage der HSH Nordbank verkauft werden. Jetzt ist Schluss. Das Ladengeschäft der Protex GmbH in der HSH Nordbank Shoppingpassage wird geschlossen werden. Bis spätestens zum 31. Oktober. Der Grund dafür ist die prekäre Sicherheitslage. Und das hat nicht nur die HSH FM Holding erklärt, sondern auch der Mieter selbst. Der Entscheidung vorausgegangen, Körperverletzung gegen einen Kunden des Ladens und tagelange Proteste der linksautonomen Szene vor der Passage. Zuletzt gestern Abend, die Stimmung war gespannt. Aus Angst, dass unbeteiligte Passanten zu Schaden kommen, sicherte die Polizei die Umgebung des Geschäftes. Nun das Aus für den Laden. Spekulation darüber, die HSH habe Thorsteiner Geld für einen schnellen Auszug gezahlt, weist die HSH Nordbank zurück. Es ist Bestandteil der Vereinbarung, dass über Details Stillschweigen gewahrt wird. Allerdings können wir sagen, dass die HSH FM Holding keine Prämie für den Auszug des Mieters, also der Protex GmbH, zahlt. Die Kleidung von Thorsteiner wird weiter im Internet und auch in Läden in Berlin oder Magdeburg verkauft. Nach Einschätzung des Brandenburger Verfassungsschutzes dient das Tragen von Thorsteiner als identitätsstiftendes Erkennungszeichen unter Rechtsextremen.